Lege dich mit dem Rücken auf eine weiche Unterlage. Das kann eine Yogamatte, eine Decke oder auch ein Bett sein. Die Augen sanft schließen. Die Beine etwas weiter geöffnet, die Füße fallen sanft nach außen. Deine Arme liegen entspannt neben deinem Körper. Den Kopf langsam nach rechts und nach links drehen. Dann lasse den Kopf in der Mitte ruhen. Die nun folgende Autosuggestion wirkt über dein Unterbewusstsein. Fünf Minuten nach der Autosuggestion wirkt das Unterbewusstsein nach und bringt deinen Körper und Geist in eine tiefe Entspannung. Bringe deine Aufmerksamkeit zu dem Körperteil, welches genannt wird und wiederhole gedanklich. Ich entspanne die Füße. Ich entspanne Unterschenkel und Oberschenkel. Ich entspanne Hüfte und Gesäß. Ich entspanne unteren und oberen Rücken. Ich entspanne Bauch und Brust. Ich entspanne Hände und Unterarme. Ich entspanne Oberarme und Schultern. Ich entspanne Kiefergelenke und Zunge. Ich entspanne Kiefergelenke und Kiefergelenke und Kiefergelenke und Kiefergelenke. Ich entspanne Kiefergelenke und Kiefergelenke und Kiefergelenke und Kiefergelenke und Kiefergelenke und Kiefergelenke. Ich entspanne Stirn und Schläfen. Ich entspanne das Gehirn. In den nächsten Minuten wird das Unterbewusstsein nachwirken und Deinen Körper in eine tiefe Entspannung führen. Du brauchst Dich um nichts zu kümmern, alles geschieht von alleine. Der ganze Körper ist vollkommen entspannt. Lass alles in Deinem Körper Richtung Boden sinken. Lass alle Knochen in Deinem Körper Richtung Boden sinken. Lass alle Muskeln Richtung Boden sinken. Lass auch die Haut los. Lass den Atem los. Alles in Deinem Körper sinkt Richtung Boden. Ein bisschen so, als wärst Du ein See, in dem alles Wasser in Richtung Erdmittelpunkt sinkt. Erlaube auch, dass Dein Atem immer ruhiger wird. Der Atem und auch die Gedanken sind wie der Wind, der über die Oberfläche des Sees streicht. Vielleicht merkst Du, wie Dein Atem jetzt ganz ruhig wird. Die Gedanken immer ruhiger werden. Spüre, dass dieser Wind, der über die Oberfläche des Sees streift, immer sanfter wird, immer stiller. Die Gedanken immer stiller. Die Gedanken immer stiller. Die Oberfläche wird immer klarer, ruhiger, stiller. Erlaube Dir, Du selbst zu sein, genau wie Du jetzt bist, in diesem Moment. Erlaube 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 Erlowe Erlaube Erlaube Erblau Erlu Atem Oh Erlaube 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 lighig Amen. Amen. Amen.